Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. So, mit der Rente anfangen? Ne, lieber nicht, da fangen wir an zu weit. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch... Ne, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es für das Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grün? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grün? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen? Und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen sechs Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wörtersystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug in Rasen auf einen Abgrundzug. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir nicht, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie aber jetzt nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland. Da müssen Sie aber in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sich in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangskurz und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen zwei Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem dritten Acht-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das unterte Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1.000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodeste Sache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Dach. 80 Tote am Dach, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endsteil, dem ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegen seitdem einen Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und Herrsche. Dividende et Impera. 95% der amerikanischen Medien sind in der Hand von fünf reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur, und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha. Wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle vier Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch müde, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle vier Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Weil wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten, ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld, mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können sich nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal den Zug anhalten gegen den Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee mit der Hose schwappen, da kann alles passieren. Nein, lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen die 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der Oma an der Kante hängen bleibt. Und da kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem? Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden für Leute. Das kann man auch finden im Internet. Die müssen sie aber selbst nach suchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden? Steht sogar am Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, dass die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach... Diese Kramgebeugen vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zellstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont. In den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Vereine waren mal zu einem Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne. Das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen neinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir wollen immer fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre? Inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern in der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Dann kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist das, inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer will mit Angst regieren, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt es das?